Ja, es war auf den ersten neun echt gut. Ich habe drei relativ lange Puts gelocht. Dann habe ich auch weiterhin gut gespielt, aber die letzten fünf, sechs kamen ein paar Fehler dazu. Aber ich habe viele Puts gerettet und letztendlich das Bogey auf der 17 war ziemlich gut. Und dann das Paar auf der 18 war auch nochmal ein bisschen zittrig, aber letztendlich hat es gereicht. Ja, sehr viel. Es fühlt sich natürlich gut an, jetzt schon diesen Sieg in der Tasche zu haben und damit jetzt weiter zu spielen dieses Jahr. Es gibt mir viel Selbstbewusstsein und ich hoffe, dass ich darauf jetzt aufbauen kann. Ja, es ist echt schön zu sehen, wie viele deutsche Mädels hier sind. Ich weiß nicht genau wie viele, aber ich glaube um die zehn vielleicht. Und wenn man das vergleicht, als ich auf die Tour gekommen bin, wo vielleicht drei, vier da waren, ist es schon echt gut, das zu sehen. Und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht.